Herzlich Willkommen an Tag 3 mit meinen Nasshorn-Käfer und mir. Tag 3 von Alma Seed. Herzlich Willkommen nochmal. So. Ihr seht mein Auge, irgendwie ist es heute matschig, aber das macht ja nichts. Gestern also, Tag 2. Also bis abends lief das ja wunderbar, aber da muss ich sagen, es ging nicht mehr anders. Und ich habe zugegriffen, ich habe Sushi gegessen, ich habe ein Snickers gegessen. Ich habe mich dazu entschieden jetzt, immer eine Mahlzeit am Tag zu mir zu nehmen. Süßigkeiten sollen natürlich nicht drin sein. Und geraten hat das Ganze mir natürlich mein kleiner Nasshorn-Käfer. Und wenn der was sagt, dann spricht da die pure Weisheit aus ihm. Und ich denke mal, so wird es die nächsten Wochen hoffentlich laufen. Ich halte euch auch auf den Laufenden. Schließlich habe ich gestern noch 6 Packungen einmal Seed gekriegt. Und die müssen ja auch nun leer. Und ihr werdet sehen, wie es weitergeht. Ne? Tschüss.